Die spitzen Augen. Was ist das Leben der Frauen? Wie verbringen die ihren Tagesablauf? Du hättest ja auch uns fragen und anrufen können. Aber stattdessen rufst du nun zum zweiten Mal an. Kannst du mir sagen, ich habe es wieder vergessen. Wo fliegt wir morgen hin? Nach Wintug? Nach Namibia? Aber ja, aber ja.